Hallo und herzlich willkommen zurück zu Andy! Kassel Ultimate Das ist nur ein Kaden Kaden, Lockdowns und meiner Kürzigkeit Habe dich durchschaut Tatata So cool Warte, hat das Chicken da noch rum? Ich finde das so witzig Nio 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 Das dritte nach ne Oh, jetzt hat's aufgehört Witzigweise Nio 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 Das Chicken ist voll durch Hier bin ich richtig Noch ein Stück zurück Letzter, jetzt leuchtet's auch Treff's schon nicht mehr So, neue Aufnahme-Session Diesmal bin ich nicht müde, sondern Locks Hat aber andere Gründe als die von letztem So, ich kümmere mich hoch mal Um meine Bietchen hier Bietchen Das wird sich gut FNC4, Unbreaking 3, Fortune 3 Kann man machen Ja So Würdest du sagen Fortune drauf tun, oder? Fortune Achso, die kann man einzeln Oder Fortune 3 direkt drauf, oder? Ja Und Effizienz Die wahrscheinlich auch direkt alles Weißt du, ist es dann wirklich noch schneller? Ja, eigentlich schon Was denn? Gut, jetzt hat die Dile mit Pickaxe noch Unbreaking 3 drauf Also wer mal Die Spitzhacke braucht Oh So Welche, welche die mittlere war's, gell? Mittlere Welt Edge 3 Und ein Tank steht direkt daneben Musst ja nur den Endertank dorthin setzen Ach shit, ich brauch kurz noch Ach fuck, ich brauch die Landmarks noch Ich muss ja den in den Frame setzen Ach, ich lande immer Ach da Hier sind Ah, danke Ähm Manchmal, wenn hier keine Also Ah ja, stimmt Drei reichen Ah, Moment Ich nehm am besten noch ne Nimm noch ne Redstone Forge mit Ja Forge Redstone Forge Nimm ich mit Ja Halt Wohl eigentlich brauch ich's ja nicht, weil Ich weiss ja, wo der Rand ist Richtig Egal Oh, Mr. Lava, Lava Und die Katze dreht halt wieder durch Was ist los mit's? Brauch Aufmerksamkeit, du hast dir vorhin keine gegeben Batsche, 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 Katze Jetzt verprügelt er sie Nein, ich würde sie doch nirgends verprügeln Die Batsche Die hält mir ja auch so den Arsch hin Und schiebt sie mir entgegen Kennt jemand das Video von der einen russischen Katze, die dieses Ich glaube, das war ein Holzschläge Einfach so Batsch, Batsch, Batsch Ja Ja, und die fand das total toll So ähnlich ist die Katze auch drauf Manchmal mag Jackie das auch Okay Manchmal Aber nur manchmal Vor allem sie kommt ja dann wieder zu mir her Oh, die ist gerade total kuschelig Hallöchen Du weißt, dass du müde bist Fehlt irgendwie Landmark Alter, ist das Ding schnell Alter, ich weiß ja noch, wie es vorher war Da konnte ich ja einigermaßen hinterher fliegen Alter Alter Verwalter? Alter Verwalter Aber schon, komm ich dann noch hinterher? Du, 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 du Kommst du nicht hinterher Das bin ich an so alles Hä, ich war es gerade nur noch Naja, und Fortune 3 hat es halt drauf Also wenn es irgendwie die Massen ist Alter, ist der schnell Ich sag doch, das ist schnell Eben war der noch übelst langsam bei mir Achso Nö, nö, nö Das Ding ist so schnell geworden Mit, äh Mit der Verzauberung So, und jetzt müsste die Flüssigkeit eigentlich auch Oh, scheiß, die Wandern ist der schnell Oh, ist das geil Warte mal, Lava, brauchen wir nicht eine Wasserquelle hier drin? Nee, nee. Der Enderquory kann es, äh, der Enderquory, sag ich schon. Der Enderquory Plus kann es selber. Ah, okay. Du hast einen Tank hingestellt, oder? Ich hab einen Enderquory-Tank daneben gestellt, ja. Okay. Was sollst du eigentlich? Oder muss der Tank leer sein? Darf ich? Nee. Glaub ich nicht. Wie ein Creeper, der Schaden nimmt. Warte, ich hol mal einen normalen Tank. Wie hoch sind wir eigentlich? Äh, 37, er ist, oh, okay. Oh, wir müssen unbedingt das Linking-Book ändern, das nervt. Ja, dachte ich mir vorhin auch. Das war voll faszinierend, dem zuzu... Alter, wenn ich in der Aufnahme-Channel bin, dann nehme ich auf, wer will das von mir? Kick ihn gleich. Wer? Ryo schickt mir Koordinaten. Warum schickt Ryo mir Koordinaten? Nicht fragen. Okay, ich bin nicht neugierig. Wohin, 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 wohin führen diese Koordinaten? Wohin ich denn jetzt hin? Bei uns in der Welt Koordinaten, oder? Ich weiß es nicht. Warum schickt ihr mir Ko... Wer wissen die? Warum schickt ihr mir Koordinaten? Warum, die erste Koordinate ist halt minus 1383. Können wir kurz fragen? Ich hab schon wieder... Wow, übelste Lags gehabt. Wow, ist der schnell. Oh, Wahnsinn. So ein Wahnsinn. Wie macht man noch mal Linking-Book? War das Leder und Papier im Crafty-Fencil? Nein, das ist die Papier, sondern... Die, die, die... Link-Panel. Ach, Link-Panel. Alles im Crafty-Fenster... Oh, hab ich jetzt zwei davon. Weil es im Crafty-Fenster schon, oder? Ja, ja, ja. Statt haben wir die gleiche Frage geführt. Ähm... Ganzes Satz. Aber once a go... Aber once a go... Ich hab grad... Ein Thermometer als Hut auf. Laut... Beim Inventar... Irgendwas stimmt hier grad nicht. Jetzt da. Das hat er grad voll rumgepackt. Aber ich hab auch schon wieder... Komm, nehmen wir auf. Und wir waren kurz beim Crory... Flex. Wie sau. Ja gut, aber so wie der jetzt rast, ist das... Ganz schnell vorbei. Ups. Ich hab ne Menge Zettos gesehen. Ist schon gut, Donald Duck. Boah, 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 boah. Ach, keine Ahnung. Mit dich raus und dich rein. Boah, fuck ist der schnell, ja. Halleluja. So, jetzt landen wir auf jeden Fall im Haus. Okay. Also im richtigen Haus. Was mach ich mit dem alten Book verbrennen? Ja. Ne, ne. Nein. Das ist jeder Opfer. Wie bitte? Ach, das ist jeder Opfer. Kann ich das davor schneiden, das Linking Book? Hey! Ich bin das Linking Book. Warte. Er ist da. Ich hab's gerade aufgenommen. Ach. Das ist doch gerade kein Grafikbox, sondern du hast den Morph aufgenommen. Ich bin ein Linking Book. Da liegt die Sota. Das Linking Book ist ja auch ne Mob im Grunde. Okay. Moment. Bei welcher Welt ist das nochmal? Woher ich hier... Woher ich denn hier geräusche, als wäre hier ne Höhle? Ausgut. War's bei der Waterworld auch? War das ja immer eine wichtige Welt. Waterworld. Waterworld. Ja, ich glaube, da war das auch. War das da auch so? Weil dann tauscht ich das dann auch aus. Nein, verdammt, wir landen hier. Shit. Okay. Dann wurde es schon ausgetauscht. Verdammt. Ich will auch ein Buch sein. Willst du auch mal schlau sein? Voller Wissen. Willst du schlau? Lockst du nimmst schon auf und streamst nicht? Ich frag mich sicherheitshalber. Wieso? Ich wollte es nur sagen. Wieso? Wir? Wir haben doch vorhin gesagt, wir sollen streamen. Oh. Faden hat sich das anders überlegt. Wieso? Oh. Ach, Bäume. Mensch, die Bäume wollte ich doch aufstellen wieder. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie es im Server geht. Und wie geht es im Server? Also die CPUs sind beruhigt, aber der Raum sieht halt übel aus. Naja, das ist... Hast du was anderes erwartet? Das ist Minecraft. Ich schalte mal die Nuke-Map noch mit aus. Ach, die läuft auch noch. Ach, du Scheiße. Ja gut, aber da ist ja nichts drauf. Das sagen sie alle. Wo ist meine Gießkanal? Genau, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, wir haben angefangen, an einer neuen Nuke-Map zu bauen. Habt ihr das Infovideo schon gemacht? Nein. Nein. Lava nicht. Lava keinen Scheiß. Dann rett nicht. Rett nicht? Rett nicht so dummes Zeug daher. Genau, rett nicht so dummes Zeug. Ist das so. Also der Quarry ignoriert eiskalt die Lava-Karten. Wer braucht doch mit der einen Tank? Steht daneben. Ich habe jetzt einen Tank von Open Blocks genommen. Vielleicht mag er die nicht. Vielleicht will er die hoch nicht. Kann sich erforschen. Buch, jetzt ab. Jetzt bin ich mit hoch. Oh, das ist meine Birke. Das ist eine interessante Birke. Die Birke Dschungel. Naja gut, ist mir ja im Grunde wurscht, wenn der trotzdem, trotz Lava weitermacht. Naja, dann... Habe ich dachte, er hätte also die aufsaugt. Ach, mit Müssen! Oder musst du ein Dingens... Birke Dschungel. Das meinte ich... Nee, das ist nicht zwingend, aber noch so eine Pipe dazwischen, weil du kannst dem Ding ja auch nicht direkt Energie geben mit einer Cells, sondern du musst dir ein Conduit dazwischen schalten, dass das ähnlich mit dem Tank auch läuft. Das ist möglich. Das könnte sogar sein, weil ich glaube, wenn man das so Kraft... Habe ich das nämlich so gemacht? Achso, die... Die können abzuhalten, Master gehen. Halt. Nein. Hier. Bittest du dich mal bitte mit der Aufnahme beschäftigen? Wir sind nicht mit Ruhe. Ja, danke. Ja, jetzt baum ich halt an. Macht sie doch. Ja, ich weiß. Aber wohl, wir f*** auf. Ähm, ähm... Ähm, ähm... 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 Die Falle bei der Netschersfitte behalten, oder? Ähm... Ja, wenn du sie abbaust, ja. Ja, ja. Ähm... Ähm... Da, 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 da. Beschiss? Nein, das war schon immer so, du Hild. Das ist mir schon klar, aber, äh... Das ist trotzdem Beschiss. Ihr müsst Locksch entschuldigen, echt wirklich müde. Ich bin voll müde. Und voll Kopfbauer. Haben wir den... Crescent Hammer? Also, oder die... Ähm, ich glaube, die wird direkt den Crescent Hammer. Ich muss mal was testen. Können wir mal kurz einen Tag machen? Aha. Können wir mal kurz ein Tire-Bettchen? Sofort, sofort, sofort. Lass mich hier nochmal das Gemüse prügeln. Wie Gemüse. Das junge Gemüse? Ähm... Wie, hier kann ich das? Okay. Ich kann kein Fluid-Duck dran anschließen. An den... Quarry. Dann wahrscheinlich wieder nur eine Build-Craft-App. Wahrscheinlich... Moment. Oh, Moment doch. Aber es könnte ja auch sein, dass die Labe nicht aufnimmt, weil er schon Wasser aufgenommen hat. Äh, wir sind beide im Bett. Und Kaden ist doch nicht hier, oder? Oh, inzwischen bin ich hier. Ja, dann, aber Hoppy. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber rein hier. Ja. That's what she said. Okay, machen wir es mal ganz einfach. Äh, Stone. Stone. Was sind hier der ganz normale Stein? Da, okay. Boah, so viele Bienchen, so viele... Boah, immer. Was machst denn du hier draußen? Okay, ich mach so eine ganz... Die Kuh? Ja, die spinnt. Die Kuh, die macht Mu. Ne, die Kuh. So, äh, das, das, jenus. Immer diese Ausbuxten sind kühlen. Ach, ne, ich bin auch so doof. Äh, ich mach mal... Ne, keine Transportpipe. Na. Hoppana. Haben wir Kakt... Kaktuschen. War. Kaktuschen. Ach, ne, ich mach nicht. Das muss ja in den... In das Feuer. Also. Ja. In den Ofen. So. Ne, doch. Nein. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Und danach ins Crafting-Gedings. Alter, warum hab ich so Lecks? Das ist nicht mehr feierlich. Ne. Sorry. Man merkt, dass ich wach bin. Ich wollte gerade mein Golden Bag in mein Golden Bag tun. Okay. Golden Bagception. Damit ist es für immer aufgeräumt. Wie geht es nicht mehr in der alten Welt? Ja, bei diesen Taschen. Genau. Die Alchemie-Bags. Ja. Ja, genau, die waren es. Das will nicht connecten. Wie krieg ich die Flüssigkeit da raus? Also, der Curry hat Flüssigkeit aufgesogen, aber du kriegst sie da nicht raus. Und dann muss ich es von einer bestimmten Seite her machen. Wollen wir nochmal unten nach unten. Huch. Ja. Harte, ich seh's grad nicht. Na, ich seh's jetzt nicht. Wird auch eine Schaufel, gell? Nein, das ist es auch nicht. Geht das überhaupt? Schau ich dich schon zigtausendmal in den Kommentaren. Das geht's auch nicht. Nein, nein, nein. Ja, klar, das geht ja wirklich so nicht. Ich brauche ein... No. Ja, klar. So eine Wundenpipe, gell? Ich brauche eine Pumpe. Ach, oh. Ach, du musst es da rausziehen. Ja, ich erinnere mich grad. Ich brauche eine Pumpe, eine Bildkraft-Pumpe. Im Moment, da reicht die normale oder muss die von Curry Plus? Ich mach erst mal eine normale und es ist dann raus. Ach, wir haben's ja. Ja, da war was. Langes Zäh, lang... Ach, hab ich schon wieder kein Eisen. Ich mach einfach mal 6.000 Stacks. Das war jetzt grad nicht untertrieben. Achso, String. Ah. Moment. Ich dachte, ich hab eine verzauberte Eisenspielzeuge. Ah. Nicht Silqvist. Schau mal. Silqvist. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Emulsion. Ich weiß immer noch nicht, wie ich drauf gekommen bin, auf diese blöde Emulsion. Aber es ist halt so. Emulsion? Was ist mit Emulsion? Keine Ahnung. Es ist eine Lösung. Also, beziehungsweise Essig und Öl ist gelöst. Emulsion. Keine Ahnung. Hellwach bin ich auch nicht. Aber Lösung ist doch ein homogenes Flüssigkeitsgemisch. Was ist eine Frau in Säure? Ein gelöstes Problem. Oh Gott. Da kann ich aber eigentlich zustimmen. Moment mal. Freundchen. Was denn? Ich wollte gerade sagen. Ganz sachte. Be careful. Es ist aber schwierig, wenn du mit solchen Sachen kommst. Das gibt's gut. Ich rede aber von einer Frau. Nicht von mir. Ist das was anderes? Sag doch, es ist dangerous to go. Ich hab ja auch nicht von dir geredet. Ah, gut. Okay. Na denn? Moment, welches ist denn jetzt hier leer? Da müsste eigentlich das auch mit dem gehen. Dem, der mit dem. Die machen alle. Der mit dem und jeder mit jedem. Auf sie! Sag mal, haben wir keinen Leaver mehr? Ja, das ist doch. Was? Ein Leaver? Aber einen Switch haben wir noch. Ah? Also ich brauch' ich noch. Du, doch. Prenetic Servo. Prenetic Servo ist noch nicht als Rezept drin. Das finde ich nicht gut. Glaub ich bisher auch keiner gebraucht hat. Finde ich nicht gut. Oh, mittlerweile ist aus dem Crazy Küken ein Chicken geworden. Also ein Crazy Chicken. Crazy Chicken. Halt, gib mir das Wachs auch gleich. So, honey, honey. Honey, honey, honey. Nicht so funny. So, honey. Da rein. Und jetzt gib mir mal... Ui. Toll. Ui, toll. So, Silberlein, bla 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 bla. Das war fast schon wieder gut, Karten. Achso, ich hab's auch jetzt nicht mit. Ja, egal. Er hat nicht versucht, perfekt zu sein. Richtig. So, ich bin nochmal kurz AFK. Bitte was? Bitte was? Junge, wir nehmen auf. Ey, wie geht's nochmal? Das Ding dann zu machen? Schifftrechtsklick? Wie konnte ich meine Planetik-Servo noch mal aktivieren? Also, Clint Hammer. Ne, ne, das meinte ich nicht. Okay. Vielleicht brauche ich doch den... Installieren, warte. Ich glaube, einfach nur Rechtsklick. Ja, ne, passt ja. Das ist schon, aber ich möchte aktivieren. Ich hab's schon rausgefunden. Ne, ich brauch wahrscheinlich doch den anderen. Äh, die andere Pumpe. Ich denke, man brunnt. Ich weiß auch nicht, wieso. So, an die, so. Hm? Ja, ne, die Folge ist okay. Warte mal, du willst praktisch da Ding rauspumpen, oder? Nein, nein, ja, ich will den Folge erstmal beenden. Ciao. Was? Tschüss, Loks. Tschüss.